Yo, 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 meine Freunde, was geht? Willkommen bei Jenkins44TV und ich wollte heute nochmal mit euch ein bisschen über Support-Clubs sprechen, warum es Support-Clubs gibt, was die positiven Sachen an Support-Clubs sind, wie Support-Clubs überhaupt entstehen, ja und warum man in einem Support-Club sein sollte, anstatt in einem großen Bruder-Club dann, in dem Fall, aber all das nach dem Intro. Jo, da sind wir auch schon wieder, okay, Support-Clubs, viele Leute haben eine abfällige Meinung gegenüber Support-Clubs und sehen die als, ja, minderwertig oder sowas an, ich bin einer anderen Meinung, Support-Clubs haben durchaus in gewissen Fällen eine Daseinsberechtigung. Lasst mich ein Beispiel euch sagen, nehmen wir an, ihr habt jetzt einen großen 1%er-Club bei euch im Chapter und ihr habt da Freunde in dem Club auch, ihr fühlt euch, ihr fühlt euch da zugehörig zu dem Club, eben weil Bekanntschaften da sind und so weiter. Und ihr habt vielleicht selber irgendwie eine Clique oder sowas in der Art, erfüllt aber vielleicht nicht unbedingt die Voraussetzungen, bei den großen mitzuspielen, ja. Also, man muss ja schon sagen, ein großer 1%er-Club ist dann nochmal was anderes als ein Support-Club, ja. Das ist ja so ein bisschen, ja, ich sag mal die Champions League, ne. Und, ja, das, die Support-Clubs spielen dann mehr so in der Regionalliga. Was aber nicht abfällig gemeint ist und auch nicht schlimm ist. So, wenn du jetzt nämlich beispielsweise, wir nehmen mal, wir nehmen mal als Beispiel die Hells Angels. So, jetzt hast du, jetzt hast du Hells Angels in deiner Stadt, ähm, bist vielleicht mit einigen von denen gut und feierst den Club, fühlst den Club, äh, kannst dir aber beispielsweise eine Mitgliedschaft einfach nicht so leisten oder du gehst nicht mit allen Sachen komplett konform, ja, was den Club betrifft. Und vielleicht bist du jemand, der einfach keinen Bock hat auf Chopper, so, ja, du fühlst den Motorrad-Lifestyle, du fühlst den 1%er-Lifestyle, du fühlst die Partys, du findest das geil, aber, äh, bist einfach nicht so der Chopper-Typ, ja, stehst halt auf Naked-Bikes oder stehst auf Super-Bikes oder sonst wie was. So, und jetzt sagen wir, du hast, du bist mit deinen Homies unterwegs, man fährt ja meistens nicht alleine Motorrad, sondern hat meistens so ein paar Gleichgesinnte im Freundeskreis. So, und dann seid ihr jetzt, äh, 5, 6 Freunde, die alle Super-Bike fahren, ja, und, äh, nur mal als Beispiel jetzt, ja, und, äh, seid da, äh, Dicke mit den, äh, mit den Hells Angels. Dann, äh, wird es durchaus Sinn machen, anstatt bei den Hells Angels mitzumachen, zu sagen, ey, wir gründen, äh, wir gründen einen Club und fragen bei den Hells Angels an, ob wir deren Supporter-Club sein dürfen. Ja, und, ähm, dann gründet ihr euren Club und dann fragt ihr beispielsweise an, äh, in dem, in dem Chapter in eurer Stadt, in dem Charter in eurer Stadt, in dem Fall. Und fragt an, hey, wie sieht's aus, können wir euch supporten? So, wir wollen gerne einen Club aufmachen, ähm, wir fahren halt alle Super-Bike, wir sind nicht so die Harley-Typen, oder, oder sonst wie was, und, äh, wir feiern euren Club, äh, können wir den supporten? So, und dann kriegt ihr entweder ein Okay, oder ihr kriegt halt kein Okay, ja. Ähm, das ist eine Möglichkeit, wie ein Supporter-Club entstehen kann, indem man einfach, ähm, ja, Sachen, die, ähm, ja, wenn man, äh, eine Zugehörigkeit zu dem Club fühlt, aber vielleicht nicht 100% drin sein kann, warum auch immer, sei es der finanzielle Aspekt, sei es eine Harley-Pflicht, sei es überhaupt Motorradführerschein, ja, du kannst ja auch gern auf den Partys sein und, und so weiter, aber das mit dem Motorradfahren ist halt vielleicht nicht dein Ding. So, dann gibt es zum Beispiel Supporter-Clubs, äh, wie, äh, wie gewisse Street-Gangs, wo du dann halt kein Motorrad für fahren musst, ja, äh, dann bist du, dann bist du halt kein Hells Angel, der Motorrad fährt, sondern du gehörst dem Supporter-Club bei, der die Hells Angels supportet, und, ähm, du hast halt kein Moped, sondern bist halt immer nur auf den Partys. So, und das ist jetzt zum Beispiel auch eine, äh, eine Sache, ein sehr positiver Aspekt. Nehmen wir mal an, ihr seid ein, ihr seid ein kleiner Club, und, äh, euch gibt es nur in eurer Stadt. Vielleicht gibt es euch noch in einer anderen Stadt oder so, ja, ähm, aber da ist dann generell nicht viel los, das heißt, ihr besucht sowieso viel andere Clubs, äh, wenn ihr, wenn ihr Party machen wollt oder so. Ähm, wenn es jetzt so ist, dass ihr ein Supporter-Club seid von einem großen Club, dann stehen euch ja auch überall die Türen offen, ja, das heißt, ihr seid auf den Veranstaltungen von dem großen Club immer gern gesehen und, äh, seid da willkommene Gäste, ja. Das heißt, ihr erweitert eure eigene Community, was halt eine sehr geile Sache ist, ja, das ist meiner Meinung nach einer der größten Vorteile oder der größte Benefit von so einem, äh, von so einem Supporter-Club, ja, dass du dann einfach nicht mehr auf dich allein gestellt bist, sondern sagen kannst, ey, geil, ich hab jetzt, ich bin jetzt beispielsweise Supporter von dem Bandidos-MC, die Jungs haben hier keine Ahnung, wie viele Chapter in der Gegend, ist es ab jetzt immer jedes Wochenende was los. Ich kann das eine Wochenende da hinfahren, das andere Wochenende da hinfahren, ne, und, ähm, ja, ihr lernt dann dadurch Leute kennen und habt wieder ein bisschen Bewegung bei euch reingebracht, so, ne, anstatt irgendwie immer, äh, in derselben Kneipe rumzuhocken oder so oder immer dasselbe zu machen, ne, ähm, das ist ja auch so, dass, äh, Supporter-Clubs durchaus, äh, zu Rideouts mit dürfen, ne, die fahren dann halt am Ende, ne, ihr seid dann nicht, äh, mitten, mitten im, 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 äh, Geschehen drin, sondern ihr schließt euch dann hinten mit eurer Truppe, äh, dem, dem Rideout dann an, ne, ist ja auch eine coole Sache. Äh, ansonsten läuft das halt so, ähm, wenn, wenn ihr jetzt ein Supporter-Club seid, dann seid ihr immer mit einem Patch auf eurer Kutte dem jeweiligen, äh, ich sag mal, großen Bruder-Club, äh, zugeordnet, ja, das heißt, wenn ihr jetzt, äh, wenn ihr jetzt bei den Hells Angels seid, dann habt ihr irgendein Patch von wegen Support Red and White oder so, ne, oder, oder bei den Bandidos steht dann da vielleicht, Support, Support Red and Gold oder Support, äh, Bandidos MC oder so, ihr habt dann irgendwo, ähm, ein Patch für gewöhnlich, ne, das ändert sich auch hin und wieder mal, aber für gewöhnlich ist es so, dass ihr ein Patch tragt, äh, auf eurer Support-Kutte, äh, ein extra Support-Patch, der euch, der euch kennzeichnet und, äh, für jedermann sichtbar macht, äh, welchen großen Club ihr supportet. Ähm, das ist wichtig, das bringt natürlich Vorteile mit sich, als auch Nachteile, ne, wenn da jetzt, äh, rivalisierende Sachen sein sollten, äh, dann, äh, zieht man natürlich genauso die Arschkarte, wenn gerade der Club im Fokus der Polizei ist, dann ziehst du als Supporter-Club ebenfalls, äh, natürlich, äh, den Kürzeren, beziehungsweise hängst dann mit drin. Äh, ein Beispiel ist halt, äh, das Kuttenverbot, ähm, es wurden ja nicht nur Hells Angels und, und Bandidos verboten, sondern es wurden auch die Support-Clubs verboten, beispielsweise, äh, Chicanos und, äh, Red Devils, ja, die sind ja, die sind ja jetzt auch verboten, die haben auch ein Kuttenverbot, ne, das heißt also, so Kuttenverbote können auch, äh, dann durchaus deinen Support-Club treffen, ne, aber ihr seht, äh, es bringt nicht nur Nachteile mit sich, äh, in einem Support-Club zu sein, und es macht durchaus Sinn, in einem Support-Club zu sein, wenn man's halt, äh, wenn man halt, äh, von diesem Blickwinkel das Ganze betrachtet, und ich finde, das ist auch der einzig legitime Blickwinkel, ja, ähm, ganz davon abgesehen, dass ihr natürlich auch, sagen wir mal, ihr seid sehr jung, ihr braucht noch eure Zeit, ihr wollt noch Erfahrungen sammeln, dann ist es natürlich auch sehr gut und schlau, über einen Supporter-Club diesen Weg zu gehen, ja, anstatt dann direkt oben in der Champions-League mitspielen zu wollen, erst mal Piano machen, low einsteigen, so, erst mal sich im Supporter-Club umgucken, gucken, ob das ganze, äh, Ding was für einen ist, und, ähm, ja, dann kann man sich so nach und nach die Basis schaffen, um dann irgendwann, ähm, bei den großen Jungs mitzuspielen, ja, ähm, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich, äh, denke, oder ich, ich hoffe, ihr kriegt ein anderes Bild über Supporter und Support-Clubs, ähm, ich finde es immer ein bisschen schade und traurig, wenn Supporter oder Support-Clubs belächelt werden, oder wenn es dann heißt, äh, ja, der war ja nur Supporter, oder diese Sachen mit, ja, der war ja nur Prospect, und keine Ahnung was, ne, das ist immer, finde ich immer sehr albern und kommt immer von Leuten, die sowieso überhaupt nichts mit der Szene zu tun haben, ja, so, wenn Leute sowas sagen, dann sind die meistens selber gar nichts gewesen, aber, äh, wollen dann groß über andere Leute urteilen, ne, deswegen schaut nicht auf Support-Clubs, äh, herab, Support-Clubs haben durchaus eine Berechtigung, äh, es macht sehr viel Sinn, in einem Support-Club zu sein, es ist für viele die schlauere und vernünftigere Variante, in einem Support-Club zu sein, ja, ähm, ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, äh, wenn ja, gibt doch gerne einen Daumen nach oben, kommentieren, und, äh, über ein Abo würde ich mich auch freuen, außerdem, Leute, folgt mir gerne auf Instagram, ich bin auf Instagram auch aktiv, ich poste immer wieder Sachen auf Instagram, ihr, äh, bleibt auf dem neuesten Stand, äh, was zum Beispiel gewisse Re-Uploads angeht, wenn, äh, hier mal wieder Videos gesperrt werden, morgen kommt übrigens das Re-Upload zu dem Thema, beziehungsweise, ach ne, heute, wenn ich das Video, ja, das Video kommt morgen online, das heißt, am selben Tag kommt auch noch der Re-Upload, also, ja, folgt mir auf Instagram, in diesem Sinne, haut da rein, ich wünsche euch was, Peace, ich bin raus, ciao, ciao.